Wie gehen wir dabei vor? Ich gebe Ihnen zuerst einen Überblick über die Dienstleistung und deren Systematisierung mit vielen Merkmalen. Das ist ein relativ vergleichsweise umfangreiches Kapitel. Danach gucken wir uns Produktionsplanung und Controlling-Aspekte an. Ganz zum Schluss dann kommen wir auf die Quintessenz, die Erfolgsfaktoren und den Ausblick. Dienstleistungen sind an sich ein relativ neues Thema. Wenn Sie sich die Grafik mal anschauen, dann sehen Sie, dass im Grunde man ja, früher war man Selbstversorger gewesen, im Wesentlichen hat man versucht, alles, was man braucht, selbst anzubauen und dann gab es ein paar Marktplätze, wo man dann gehandelt hat. Aber im Wesentlichen ging es um Güter, also wenn man aus dem landwirtschaftlichen Prozess herkommt. Man hat dann langsam angefangen und das ist ja auch die industrielle Revolution gewesen, dass man Güter verarbeitet hat, produziert hat und eigentlich nicht mehr von den Rohmaterialien gewesen ist, sei es aber auch Kohleförderung, sei es Landwirtschaft, sondern dass man angefangen hat, Güter industriell in Fabriken zu produzieren, zusammen zu mischen. Und das ist dann der Produktionsprozess, den wir vor zwei Wochen kennengelernt haben, im Sinne von verschiedenen Materialien, Arbeitskraft, die zusammenkommen, werden in einen Transformationsprozess gegeben und am Ende kommt praktisch das Gut raus, was man dann ins Regal legen kann und kaufen kann. Dienstleistungen sind anders und das gucken wir uns an. Und das sieht man, wie sich der sogenannte tertiäre Sektor, also diese Agrarproduktion ist der primäre Sektor, das Thema von Produktion von Gütern ist der sekundäre Sektor und wie sich der tertiäre Sektor, nämlich das Thema der Dienstleistungen, entwickelt hat. Also Sie sehen, das ist noch ein relativ junges Thema und das liegt daran, wir sehen es immer noch sogar in den BWL-Büchern zur Produktion von Gütern, gibt es ganz viele Kapitel in jedem BWL-Büch, sehen Sie das, wenn Sie mal gucken, was über Dienstleistungen steht. Selbst im Jahr 2018 ist das noch vergleichsweise überschaubar, obwohl wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist das gar nicht verständlich, weil unsere Wirtschaft, insbesondere zum Beispiel hier in den Industrieländern, in Deutschland hauptsächlich ganz viel aus Dienstleistungen besteht. Und dann haben wir natürlich auch noch das Informationszeitalter, das überdeckt das alles, das kann man nicht auf einen bestimmten Sektor beziehen, aber im Dienstleistungssektor ist das besonders groß und bei arbeitsteiligen Themen ist das auch besonders groß. Und selbst die Produktion von Gütern kann ja auf Dienstleistungen gar nicht mehr verzichten und all das wird auch durch Informationen überlagert. Also das ist im Grunde, deshalb sagen wir auch Industrie 4.0, das hat was damit zu tun, dass die Sachen jetzt informativ vernetzt werden und selbstständig, naja, vielleicht noch nicht denken können, aber sowas ähnliches. Wenn wir uns jetzt den Transformationsprozess von Dienstleistungen angucken, dann wird Ihnen gleich optisch etwas auffallen, nämlich, dass das komplexer aussieht und dass da mehr gleichzeitig passiert, in Anführungszeichen, als bei der Produktion von Gütern, wo ich im Grunde sage, ich habe Beschaffung, ich habe die Transformation, die Produktion und ich habe dann den Output und so ist auch mein Absatzprozess. Ich habe einen Beschaffungsprozess, Produktionsprozess und dann einen Absatzprozess an die Nachfrage und wir haben uns ja im Bereich oder zum Thema jetzt der Produktion von Gütern auch mit dem Thema Lagerhaltung beschäftigt. Das ist ja ein wichtiger Prozess. Ich muss meine Eingangsmaterialien lagern, ich muss meine Zwischen- und Halbprodukte lagern, ich muss meine Endprodukte lagern. Ich kann also, und das ist ein wesentliches Kennzeichen, ein wesentlicher Unterschied zu Dienstleistungen auch, ich kann Dienstleistungen nicht auf Halde produzieren. Das kann ich aber bei Gütern schon. Also ich kann im Grunde vorausschauend meine Winterski auch schon im Sommer produzieren oder andere Sachen, wenn der große Absatz kommt und wenn ich mit meinen Fertigungskapazitäten zum Beispiel gar nicht nachkomme. Das geht bei Dienstleistungen nicht. Im Grunde ist natürlich auch eine Dienstleistung eine Faktorkombination, wie wir das auch bei Gütern haben, aus bestimmten Materialien, aber genauso aus Personal. Nur mit dem Unterschied, dass der Faktor Mensch, der Faktor Personal sehr einen viel höheren Anteil an Dienstleistung üblicherweise hat, als bei der Produktion von Gütern, wo man ja doch schon relativ viel industrialisieren konnte. Was aber auch noch das andere Besondere ist am Transformationsprozess bei der Dienstleistungsproduktion ist, dass der Nachfrager in irgendeiner Art und Weise immer mitwirkt. Und wir gucken uns gleich verschiedene Arten von Dienstleistungen an, was der Unterschied ist, aber bei Dienstleistungen geht es ohne den Kunden oder einen Gegenstand des Kunden nicht. Also denken Sie nochmal an das Beispiel Friseur, ohne dass Sie den Kopf dahin halten und sagen, wie Sie die Haare gerne geschnitten haben wollten oder ob Sie nur eingelegt oder gefärbt oder sonst was. Ohne dass Sie mitwirken, geht es nicht. Genauso aber auch, wenn Sie Ihr Fahrrad in die Reparatur geben. Es muss Ihr Fahrrad sein, das Sie repariert haben wollen und es nutzt nichts, dass Sie sozusagen ein neues Fahrrad kaufen. Das heißt, ganz wesentliches Merkmal an Dienstleistung der Kunde, der Nachfrager ist involviert in den Prozess. Das hat natürlich auch eine gewisse Herausforderung für den Dienstleistungsersteller. Der muss nämlich dann da sein, wenn der Kunde ihn braucht oder umgekehrt, der muss dann geöffnet haben, wenn der Kunde ihn braucht. Und diese allzeitige Bereitschaft, die ist natürlich schwer darzustellen. Und dazu kommt es noch, dass jeder einzelne Mensch ja unterschiedlich ist. Das heißt, die Frage, ob der die Dienstleistung erbringt, wie gut der das eigentlich kann, wie kann ich prüfen, ob er das gut kann, kann ich das erst am Endergebnis sehen. Wir gucken uns gleich noch ein paar von diesen Merkmalen an. Und insofern kann man im Grunde sagen, dass Dienstleistungen aus drei Phasen oder aus drei Orientierungen bestehen. Zum einen die Potenzialorientierung. Das heißt, die Dienstleistung als Bereitschaft, eine Dienstleistung zu erbringen. Also ich muss das darstellen. Also im Hotel muss ich mein Essen eingekauft haben, wenn dann der Kunde kommt und sich aussucht, was er von der Speisekarte hat. Wenn ich eine Speisekarte habe, muss ich das auch da haben. Obwohl ich gar nicht weiß, ob am Morgen heute die Leute mehr Lust auf Schnitzel oder mehr Kartoffelauflauf haben. Dann kann man die Prozessorientierung der Dienstleistung, also bleiben wir vielleicht bei dem Hotelbeispiel, dass dann auch tatsächlich gekocht wird, das bedient wird, dass das Essen auf den Tisch gestellt wird, das abgeräumt wird. Das ist im Grunde eine Prozessorientierung der Dienstleistung, die man jetzt im Zweifelsfall im Restaurant zum Beispiel erbringt. Und dann kann man natürlich auch noch die Dienstleistung mit einer Ergebnisorientierung betrachten. Das heißt, was nimmt der Kunde dann mit? Ich meine, warum ist er auch da hingekommen? Ist er hingegangen, weil er Hunger hat? Ist er da hingegangen, weil er sich mit Freunden irgendwo im Waren zusammensetzen will? Ist er da hingegangen, um mal eine Atmosphäre zu haben, wo man sehr gut reden kann? Was ist eigentlich das Ergebnis? Und insofern ist eine Dienstleistung häufig auch noch komplexer, als wenn wir über Bedürfnisbefriedigung bei Gütern nachdenken.